So, so, so YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir legen wieder los unsere Standard-3-Runden und lassen uns unendlich viel Zeit herauszufinden, wo in der Welt wir abgesetzt werden. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein in Runde 1. Denn ich habe richtig Lust, ich habe eine Weile nicht mehr Geotastic gemacht und bin gespannt, wo wir landen. Und ich glaube, ein sehr cooler Startort Thailand. Ah, gut. Oder Malaysia oder so noch vielleicht. Oder Randgebiet irgendwas. Ah, Mann. Okay, wir finden es raus. Wir haben schon ein Schlimmeres überstanden, nicht wahr? Wir kriegen auch das hin. Ich meine, wir stehen immerhin auf einer Straße, die gut ausgebaut zu sein scheint. Und ja, war vielleicht jemand von euch schon mal in Thailand? Oder auch in den Anrainerstaaten. Aber das sieht nach Thailand auf jeden Fall aus. Flagge ist gefunden. Und ja, ein bisschen herbstlich hier sogar. Guckt mal an. Ist aber eine ordentliche Ecke. Also, ich kenne es normalerweise nicht so ordentlich. Das heißt, es ist sehr touristisch. Auch die Häuser hier. Also, wow. Okay, na gut. Das hier nicht vielleicht. Weil es vielleicht alt ist. Aber das schon ungewöhnlich, sage ich mal. Also, entweder um Bangkok oder um die Inseln. Wir suchen mal diesen Stein, der immer am Rand ist. Ja. Da sind Berge. Okay. Wir sind auf jeden Fall im Hochland diesmal. Oh, was ist denn da los? Was ist das? Ist das ein Spielplatz? Was ist das? Will ich das wissen? Heilige Kühe? Okay. Kann das Musik abspielen? Kann man da so einen Euro reinwerfen? Sieht ein bisschen aus wie ein Schlitten. Als ob man da sich raufsetzen kann. Sehr interessant auf jeden Fall. Und hallo Eisenbär. Willkommen im Z-Z-Zocken-Hende. Schön, dass du da bist. Oh, die zündeln hier auch schon wieder. Okay. Ihr seht aber, es ist drumherum Berge und wir sind ein bisschen höher. Würde ich uns halt hier hinten in die Ecke so ein bisschen packen. Entweder hier oder vielleicht hier. Da ich vermute in Bangkok Nähe, könnten wir aber auch hier sein. Hier unten wären die Inseln nicht. Koh Samui, Koh Phangan. Aber das sieht, sah immer anders aus. Nicht so wie hier mit diesen kleinen, hohen Bergen im Hintergrund. Das sieht eher gestaffelt aus. Und da wären sie höher. Und das Richtung Südwesten. Das heißt, große Berge Richtung Südwesten. Ich würde fast sagen, hier oben, ja. Vielleicht bei Nahen. Okay, wir gucken jetzt auf den Randstein, wenn wir es herausfinden. Warte mal, ich muss auch in die Richtung fahren, oder? Wartet, wartet, wartet. Back to previous position. Ah, ich kam aus der Straße. Und wo bin ich langgefahren? Auf die Leute zu. Okay. Nee. Aus der Richtung kam ich. Mann. Mann. Jetzt fahren die an mir vorbei. So sieht's aus. Genau, da sind sie. So rum ist richtig. Okay, das Problem ist, in der Stadt gibt's keine, keine Steine am Rand oft. Hm. Und ich kann nicht herausfinden, in welcher Stadt ich bin, weil ich kein Thailändisch kann. Okay. Das wäre fast schon so der Reiz, doch mal zu lernen, so die Grundsachen. Oh, Englisch. Damit man so ein bisschen herausfindet, wo man ist. Nicht? Also, aber da muss man halt auch ein anderes Alphabet lernen. Und ich bin halt nicht der Sprachenexperte. Hier steht zum Beispiel auch, alles Wichtige drauf, nicht? Wann, wo, wie, was. Wo genau. Und ich kann daraus nix entziffern. Und die Buchstaben sehen so fremd aus, dass ich sie auch nicht auf der Karte auf irgendwas matchen kann. Genau wie das hier. Aber To-En. Damit können wir arbeiten vielleicht. To-En. Und Doi-Tau. Ja, das wird jetzt nix Großes sein. Ang-Tong. Buriam. Surien. Kalaisien. Ja, und wir versuchen ja, den genauen, exakten Ort herauszufinden. Bedeutet, Das alles zu finden, ist nur die halbe Miete, nicht? To-En. Yala. Hat. Yai. Tala-Yai. Und doof ist, wenn das hier auf Englisch steht, aber hier dann nicht. Das ist auch immer schlecht. Doi-Tau. Okay, ich speichere mir den Ort mal ab. Wir kommen hier auf jeden Fall später nochmal wieder. Und da hinten ist ja noch ein Schild. Das könnte auch noch helfen. Ma-Ping. National Park. Oh, den können wir vielleicht finden. Die sind grün. Kao-Yai. Da gibt es noch nicht so viele von, nicht? Fu-Sa. Fu-Shong. Mä-Ping. Fu-Fa. Nam-No. Fu-Fu. Fu-Fu. Doi-Fu. Doi-Fu. Me-Yom. Nee, Mä-Ping suchen wir. Kung-Shi. Wien-Ko-Zai. Mä-Wa. Wang-Shao. Oh. Ob-Luang. Doi-In-Tano. Okay, dann ist es doch ein kleinerer noch, vielleicht. Ich dachte, wir haben mal Glück. Ko-Sok. Ko-Sok. Tai-Rom-Yen. Und irgendein Tempel. Wat-Fra-Bat-Huai-Tom. Und ein Lake. Wie heißt der denn hier? Hat gar keinen Namen. Ähm. Tal-E-Noah. Tal-E-Sap. Nee. Irgendwas mit Doi. Gibt's ne Region, die Doi heißt? Hm. Wenn jetzt jemand zuschaltet, weiß er auch nicht, wovon du redest. Außer er ist Thailänder. Dann auf jeden Fall. Roi-Et. Surin. Si-Saket. Buri-Ram. Also das klingt schon, äh. Ich sag mal ein bisschen klingonisch, nicht? Tok-Nek-Wach. Tug-Ta. Gach. Aber. Hilf mir trotzdem nicht herauszufilmen, wo ich bin. Ir-Mä-Ping. Da ist er doch. Und da ist Doi-Tau. Dann haben wir doch ne Ecke. Und hier ne Straße. Dann können wir nur auf der hier sein. Wat fra. Hui-Tom. Okay. Nicht Tat-Doi. Tu-Tong. Ting-Tong. Oh. By-Punk. Okay, die werde ich nicht finden, nicht? Hier gibt es zu viele Tempel. Wat fra. Wat fra. Wat-Tui-Tom. Und das geht nach Süden. Das würde sogar stimmen. Also, das hier geht nach Süden. Aber der Lake geht nach Westen. Das heißt. Hier sind wir vielleicht. Und wir sind hier in der Nähe einer größeren Stadt. Takfa. Ton. Tam-Lung. Wat bang-pang. Ja, auf jeden Fall lustige Namen. Wahrscheinlich aber genauso lustig, wie wenn ein Thailänder unsere Namen liest, denke ich mir immer nicht. Dorf, Dorf, haha, Aue, Aue, Dorf, ist ja genauso komisch, nicht? Wie hier Wat fa, Wat fa. Du denkst so, boah, was ist denn Wat? Heißt einfach nur Dorf oder so nachher. Also, von daher ist es immer nur eine Perspektivsache, ob etwas komisch klingt oder nicht. Nicht wahr? Aber ich glaube, ich habe selten in Thailand so schnell eingegrenzt. Li kommt als nächstes. Okay, das ist hilfreich. Ähm, wo wir sind. Das Problem ist, ich sehe Doi Tau halt nicht. Weil die, hier, das muss Doi Tau sein. Das kommt, wenn wir hier rüber fahren. Dann müssten wir eigentlich hier sein. Und als nächstes würde Pi kommen, äh, Li kommen. Oftmals muss man hier über Schulen oder sowas gehen, aber hier ist Bawangmong. Papak. Watmatohai. Ich guck mal in die nächstgrößere Städte. Fafai. Was kommt hier hinten? Mo 7. Wat Ulong. Irgendeine Schule. Tohen. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Tohen. Aber Li sehe ich jetzt nicht. Aber das hier passt schon ganz gut, nicht? Die ist die einzige Straße, die direkt nach Doi Tau führt. Ansonsten wäre die nächste Straße, die das tut, die hier erst. Und die würde aber nach Abschang und Huimuang führen. Dann wären wir halt hier gerade. Glaub ich weniger dran. Aber dann müsste Li als nächstes kommen. Wenn jetzt hier Li wäre, sind wir eher da. Wat Uila. Wie im Osten, wo fast jedes zweite Örtchen mit Witz endet. Ja, genau solche Sachen, nicht? Ist ja hier auch irgendwie nicht anders mit den ganzen Namen. Okay, aber ich habe stark Vermutungen. Wir können ja mal gucken, im Süden kommen Berge. Es könnte die Bergkette sein mit den Bergen davor. Und ansonsten, in Norden sehen wir eigentlich keine Berge. Müssten wir theoretisch aber auch. Nicht, dass wir hier hinten irgendwie festhängen. Hier oder so. Deswegen das. Oder hier. Aber da wäre die Straße nicht so gut. Okay, wir brauchen diesen Stein auf dem Boden. Und den hole ich mir jetzt, oh, verdrückt. Vom Start, indem ich in die andere Richtung fahre. Und ich glaube, da ist sogar direkt einer. Die 106... 26 Kilometer. Okay, 76 steht da, nicht? Aber 106 würde auch passen. Aber die Zahl darunter ist auch wichtig. Aber 106 wäre okay. Und jetzt brauchen wir einen Stein, den wir besser sehen können. Weil da steht seitlich dran, welche Städte links und rechts sind. Weil das hier hilft mir nicht. Die stehen da nämlich auf Englisch drauf. Das ist ziemlich, ziemlich gut in Thailand. Aber hier bei den Steinen ist immer das Problem, die Sonne, die da rauf scheint, verhindert manchmal, dass man sie lesen kann. Und jeder Stein hat eine andere Stadt. Also es ist nicht so, dass jeder Stein die gleiche Stadt in der gleichen Richtung anzeigt. Die gehen alle Städte einmal durch, die da noch kommen. Einmal 200 Kilometer, einmal 50, einmal 10. Und ein Stein hat immer so einen Kilometer Abstand. Weiß nicht, ob das so ein cleveres Navigationssystem ist. Scheint aber zu funktionieren. Okay, hilft uns das hier? Das ist ein Betonwerk nur. Ah, Betonwerk und ein Tempel. Hilft uns nicht wirklich weiter. Da, seht ihr, was ich meine? Kann man kaum lesen. Aber irgendwas mit 67 Kilometern und 39 Kilometern oder so. Ah, nee, hier steht, auf den Steinen stehen nicht die Städte drauf. Zumindest nicht auf Englisch. Irgendwas in 27 und irgendwas in 77 Kilometern. Weil die Straße ist 77 Kilometer lang. In der südlichen Region, da steht immer die englische Bezeichnung der Stadt mit drauf. Das ist wesentlich angenehmer. Und ich hätte gedacht, wo wir gestartet sind, nicht mit diesem alles ordentlich und so, dass es touristischer ist. Aber weit gefehlt. Wow. Okay, wieder ein sehr seriöser Autohandel. Weil, ich würde sagen, ähm, ja, der in Afrika, der ist abgelöst. Ich würde sagen, jetzt bringe ich mein Auto ab sofort hierher. Ah, das nennt man Service. Wir hatten nämlich schon mal in Afrika so einen ganz komischen Autoservice gefunden. Da haben sie, weiß ich nicht, was mit den Autos gemacht haben. Boah, guckt euch mal die Häuser hier an. Also, das ist echt Thailand-untypisch. Zumindest da, wo wir immer waren, waren wirklich die Häuser klein, kaputt, offen. Das ist ja eine richtige, also, das ist ja eine Villa fast schon. Also, selbst für den deutschen Maßstab ist das ein, wäre das eine Millionenhaus, nicht wahr? Gut, in Deutschland wäre selbst eine Zwei-Zimmer-Wohnung ein Millionenhaus heutzutage. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es eine 10-Millionen-Villa. Ich habe die Inflation vergessen kurz. Tut mir leid, bin alt. Alter, was für, was für, ja, fast Tempelanlagen. Hier könnte ich mir auch gut Seven Days to Die vorstellen, so. Die Häuser looten nicht. So, so stelle ich mir im Kopf immer die Stadt von Seven Days to Die vor. So, kleine Häuser, manche haben Zaum, manche nicht. Die Garagen zum Looten. eigentlich schon ziemlich treffend, nicht wahr? Da, das ist gut. Lampun kommt als nächstes nach Norden. Lampun. Lampun und Chiang Mai. Ja. Ich würde sagen, wir stehen genau hier irgendwo. Das Problem ist, wir haben keine Straßennamen. Wir müssen also jetzt eingrenzen, wo wir hier sind. In zwei Kilometern kommt der PT-Rast-Stop nach Süden. So, wenn wir den sehen. Tja, das könnte der hier sein. Tankstelle. Lana Market. Subdistrict Municipal Office. Municipale. Was bist du denn? Du siehst aus wie ein Tempel. Tempel. Also, nordwestlich von uns, Norden, Ost und Süden, Westen ist ein Tempel direkt. Hier wäre ein Tempel. Wie geht denn unsere Straße? Unsere Straße verläuft nordöstlich. Und macht dann eine Kurve nach Norden. Passt. Können aber auch hier sein. hier wäre eine Autowerkstatt. Oh, man. Dunsni Andui. Nicht das zu finden, bedeutet Glückssache. Das könnte dieses Municipal Office sein. Wenn wir Glück haben, ist dieses Dreieck irgendwie eingezeichnet. Nach Nordwesten und dann geht die Straße nach Westen. Also hier und dann macht die Straße so und wir haben ein Dreieck hier dran. Da. Da ist es. Dann ist das unser Tempel, der Watme Tun und wir stehen nördlich von der Tempel Einfahrt. Dann stehen wir vor dem Beleuchtungsgeschäft. Ja. Ja. Würde ich jetzt nicht Beleuchtungsgeschäft nennen, sondern eher alles, aber kann auch ein Beleuchtungsgeschäft sein. Was mich interessieren würde, ob vor der Kurve ein Fluss kommt, aber den würde ich hier wahrscheinlich gar nicht sehen. Der würde irgendwo hier drin sein, jetzt mitten rechts. Und oft sind die ausgetrocknet. Nur in Regenzeiten kann man die sehen und so, aber doch, das, da ist er. Das ist es. Das ist er. Okay. Und bis zum Tempel kommt auch keine, äh, bis zum Dings kommt auch keine Straße mehr. Das ist eine Einfahrt. Und hier geht's zum Tempel hoch. Das heißt, wir können eigentlich nur hier stehen. Ich setze uns mal hier hin, sicherheitshalber, und drücke. 8,21 Meter. Puh. Jawohl. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie durch Thailand durch. Ei, 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 ei. Und damit geht es schnell weiter. Runde 2. Aukili, Aukili. Das sieht ja mal krass aus. Wow. Okay, schön geweiste Häuser. Edel. Ich krieg sofort Inselfealing, wenn ich das sehe. Ihr auch? So, wenn ich das sehe, auch wenn da Berge sind, irgendwie hab ich sofort so Insel im Gefühl gehabt. Wahrscheinlich ist es Österreich am Ende oder sowas. Stella Artois. Trinkt jemand das Bier? Wo kommt denn das vor? Stella Artois. Komm, ich hab doch sicher auch einen anderen Bier-Konnoisseur. Stella Artois. Boyfriend. Malas Masaya. Aha, aha. Ich nehm Insel-Vibes auf jeden Fall, obwohl ich nehm sie nicht zurück, aber es ist auf jeden Fall keine Insel. Ein Starbucks-Coffee. Ein Zinne-Polis. Aha, aha. Hat ein bisschen was so von griechischer Küste oder italienischer. Zumindest was ich so aus Bildern kenne. Ich verreise ja nicht oft. Wow, auch mit dem Balkon hier. Ist auf jeden Fall ein Touristenort. Und ohne Autos, nicht wahr? Argentinien? Nee, San Marino ist das nicht. Ah, warte, 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 das macht Sinn. Wo ist San Marino? Da bist du. Dann sind wir mal in San Marino wirklich im Zentrum. Müssen wir ja irgendwo hier sein. La Terrazza. Hotel Grotta. Hier in dieser Straße sind wir, oder? Oder in der Outlet. Und das ist der Platz, wo wir gerade sind. Und jetzt sind wir gerade hier auf dem Weg. Ist hier das auf dem Weg. Capella Nuova. Restaurante. Ich sehe nur das Dings nicht. Hokus Pup. Restaurante Hokuspokus. Da werdet ihr direkt weggezaubert. Okay, oder wir sind auf der Seite. Ja. Vielleicht finden wir einen Straßennamen raus. Wo könnten die stehen? Hier nicht. Hier vielleicht. Hier fahren sogar Autos. Okay. Den Starbucks könnten wir suchen. Und Richtung Osten ist Dings. Dann sind wir eher hier vielleicht. eingezeichnet. Komm, die sind doch auf jeden Fall eingezeichnet. London Pub ist eingezeichnet. Excelsior. Da muss ich auch wieder an Star Trek denken. Titan Wine. Auch nicht schlecht. Restaurante Tremonti. Drink und Fun. Auch nicht schlecht. Labaretta. Ein Starbucks sehe ich hier nicht. Gut, haben die noch andere Zentren? Ja, aber das hier ist nicht historisch. Hier ist sehr viel Industrie gewesen, als wir die letzten Male da waren. Hier ist auch alles eher Verkehr. Hier ist halt sehr hoch. Aber ich glaube, wir sind auch auf so einem Berg. Aber wir können auch hier hinten irgendwo sein. kein Starbucks. Café de Ville. Piccolo. Social. Okay. Äh, Straßennamen. kann halt auch nirgendwo lang laufen. Ich kann nur diese eine Richtung benutzen. Boah. Ich gehe in den Schill-Modus. Das kann ein bisschen dauern. Die Kamera zentriert heute nicht nach. Warum auch immer. Doch, jetzt. Hier ist ein bisschen langsam. Aber sieht stark aus hier. Okay, Samarino scheint ein gutes Paseo Kajala. Äh, ein gutes Reiseziel zu sein. Paseo. Paseo. Es ist City. Genau. Ah. Paseo. Ja gut, das wird nicht dran stehen, nicht? Paseo, bla bla bla, wenn das so ein Zentrum ist. Bei uns steht ja auch nicht immer jedes Einkaufszentrum mit Namen drin. Haben die nicht eine schöne Restaurante hier? Was ist das? Du bist das Montanos. ich würde es Fokus-Pokus irgendwie finden. Kines Duangong Bar Traberini Alpaceto Okay, wie finden wir raus, wie die Straße heißt? Haben die Straßenschilder? Oh ja, haben die 18 Avendia Richtung Süden. 18 Avendia Hier heißen alle VIA Avendia VIA 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 Avendia klingt wie was Großes dann. Aber das ist Strada Was heißt in Avendia? Irgendwelche Italien Experten hier Avendia VIA sagt mir was aber Avendia VIA 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 PIZA SÄLE Okay, vielleicht Seitenstraße oder so Klingt irgendwie auf jeden Fall süß Alto Alto in San Marino Ist das italienisch? Ist das nicht spanisch Alto? Doch Griechenland Äh Griechenland doch Argentinien Ultimus vor Dias Gasolinera Gut, ich weiß nicht Print it wahrscheinlich aber doch Italien nicht? Ich bin verwirrt von den Sprachen Nicht, dass das nur ein San Marino Restaurant in San Martin hier so als Reiseziel war Pacific Oil Was klingt alles eher spanisch hier aber da oben klang es sehr italienisch Ich bin maximal confused Ich weiß Ich weiß auch nicht San Marino ist in der EU nicht Das hier ist auf jeden Fall nicht EU Der Dschungel würde auch nicht zu Italien passen Okay Was ist das für ein krasses Ding was die dahin gebaut haben Dann eng die Flagge aber falsch rum Die blauen Streifen waren links und rechts Und Argentinien hat aber oben und unten Drehen die in Argentinien manchmal Ich kann nicht weiterfahren Die Flagge um Renter Das wird auch erklären warum das nicht Strada und Via ist Nike Factories bist du ein Taco Bell Okay Simpsons Was ist da los Da wollen wir hin Paseo klingt auch spanisch Das ist doch definitiv ein Simpsons Klon Ist das ein Hühnchen Das ist ein Hühnchen Ah El Polo Loco Ne Polo Campero Ne meinem Taco Bell Und ich dachte vom Weiten sah es aus wie Humor oder sowas Okay McDonalds Hä aber so Was bist du für ne Flagge Mann diese Flagge Nein jetzt ist sie weg Wir zurück zur Flagge Da oben ist sie Guatemala oder kann es noch sein Ich kann die gar nicht erkennen Da ja blablabla de liber dat Okay Wir wechseln mal den Kontinent Ähm Aber dann können wir doch auch nur in Guatemala Stadt sein oder so Hier war doch gerade Plaza Obelisco Plaza Espana Und wir waren auf irgendein Hügel oder so ist alles hügelig hier Plaza Cristobal Wo sind viele Geschäfte Flughafen Hier sieht alles so geplant aus nicht das wo wir waren ist eher außerhalb dann Gut da müssen wir mehr herausfinden Ich habe auch echt ein Problem mit diesen ganzen Flaggen von Nicaragua Ähm und Co Wie heißt das andere El Salvador nicht die haben eine dunkelblaue Flagge Belize hat die beiden Männer in der Mitte Ich habe lange kein Flaggentraining mehr gemacht Shit wir kommen nicht weiter Hier ist dicht im Kreisverkehr Wir kommen in die eine Richtung nicht weiter und wir kommen hier lang nicht weiter Oh das ist nicht gut Ich mal hier in diese Seiten Straße Oh weh Oh Shit Wir wissen nur das Starbucks Wir kommen auch nicht zur Kirche nach vorne oder hier um die Ecke Kloster Das heißt einfach Kloster hier Eventos Flexi Movimento Ich kann auch hier nicht weiter Ich kann hier nur um die Kurve gehen Das heißt wir finden auch nicht raus wie die Kirche da heißt Technis Schäden die haben eine U-Bahn-Station oder was ist das Kajala ich meine das sind riesige Tempelgebäude hier und Kirchen das muss ja irgendwo erkennbar sein und in West-Nordwesten ist auf jeden Fall eine große Stadt Dunkin Donuts Kitchen Aid für gute Maler ist das so gut aber wo sollte es sonst sein Montanos wieder dann kommen wir hier hin und weiter können wir fast nicht kommen wir auf die Straße und in die eine Richtung kommt jetzt der Kreisverkehr wo wir nicht weiter können und in der anderen Richtung ging es nicht weiter das ist alles was wir an Informationen kriegen Shit Printed Digital Fotokopias Luna Avienas Sabado Horarios So die Sonne ist auch im Norden oder was ich weiß nicht wo die Sonne hier ist wenn die Sonne da ist sind wir auf jeden Fall im Süden Max Kanzadiers Biesel Regalos Subway haben wir noch Plaza Varieté Food Market irgendwie wirkt das total amerikanisch hier Bam So das ist der Kreisverkehr wo wir nicht mehr weiterkommen Hier komme ich auch nicht rüber oder in irgendeiner Weise Dass ich da reinspringen kann oder so Manchmal klappt das Mal wenn wir hier ein Dead End haben ist nicht lustig Ah nee warte mal Das ist nicht der Kreisverkehr hinter der Kurve kommen wir hier links rum Nee kommen wir nämlich nicht rum Gratis Pharmacias Galeno Avendia Also wir sind Straße 1 Ecke 18 Aber das hilft uns nicht weil ich die Stadt nicht kenne Wir fahren nochmal in die Richtung ob ich irgendwas übersehen habe Ich bin ja von San Marino am Anfang ausgegangen Paseo Cayala Okay Das wissen wir Hier ist ein Straßenschild Porto de San Isidro Das könnte helfen Universität Rafael Landiva Was mich stutzig macht ist die Sonne In meinem Montevideo Dafür ist zu flach nicht Also hier hätten wir keine Berge Das kann es nicht sein Buenos Aires hat keine Berge Kann es nicht sein So Die können wir also ausschließen Das ist nicht die Fahne von Ecuador von Kolumbien Venezuela Peru Chile Bolivien oder Brasilien gewesen Panama hat eine andere Flagge Costa Rica ist nicht drin Nicaragua ist nicht drin Honduras ist nicht drin El Salvador ist nicht drin Guatemala ist nur drin So Die Sonne Hier sehe ich es besser Die Sonne steht Eigentlich leicht im Norden Wenn man so möchte Glaube ich Es steht genau östlich Wie kriegen die das von Google hin Dass die Sonne 100% östlich steht So Heißt eventuell Erdichter am Äquator dran Aber da würde es nichts geben So Alcazare de Santa Amelia Also von den Namen macht das irgendwie alles Isidro Ohne eine Straßennummer Immerhin Sind wir glaube ich Ausgeschmissen Aufgeschmissen Kann ja jetzt auch nicht 30 Länder durchgeben Und alle Orte Nicht wahr Retorno Was haben wir hier noch gehabt Wisterhermosa Austriaco Hermosa Centroamerika Paseo La Luna Hier ist 18er Vendia Zum Beispiel So hieß es ja bei uns auch Aber es sieht halt gar nicht aus Wie das wo wir waren Ich würde mich jetzt mal festlegen Dass wir in der Stadt sind Tempel Und wir sind auf der 1 Auf jeden Fall gewesen Und Isidro ist glaube ich Ein Stadtteil Kann das sein Habe ich mich glaube ich schon mal Zu Tode gesucht Zona 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 Und das war dann so ganz klein Hier Sowas Nicht so ganz doof geschrieben An der Kirche oder so Standen dann die Namen dran Die man gesucht hat Eigentlich muss ich ja Kayala suchen Und wahrscheinlich hat jede Zone ihre eigene Avendia 18 Santa Maria Insel die auf Träumen geboren Das ist die 1 So Hotel Vanessa Aber das ist eine harte Nuss Deswegen war auch Thailand So einfach Damit wir uns hier die Zähne Daran ausbeißen Das Problem ist Die haben einige Größere Städte Nicht Wenn wir jetzt in Tapaschula sind Zum Walmart Oder Ich habe so Das Gefühl Wir sind an irgendeinem Außenbereich Von der Stadt Nicht so Am Rand Das würde auch passen Weil nach Nordwesten Kommt die Stadt Und wenn wir auf der 1 Fahren Kam nichts mehr So Dass wir wirklich Doch hier irgendwo sind Aber das ist Viel zu gerade Nicht Wir haben hier eher so Ein Zeug Aber hier passen auch Geschäfte und alles nicht Macht mich unglücklich Ja und Vista Hermosa Und sowas Ich glaube Die Namen gibt es so oft In jedem Ort Madeira Avendia Avendia Kalle Gibt es ein Kajala Vielleicht sind wir ja In Kajala Und da drin gibt es ein Ding was Kajala heißt Oh man Steht hier Ne Nur drehen Komme ich hier Vielleicht runter Kann ich auch nicht Ausbrechen So und hier geht es Gleich nicht mehr Weiter Was Da steht noch Irgendwas Zu Velocidad Kontroll Dat Dann Kontroll Dat mal Eine Shell Tankstelle Das ist vielleicht Gar nicht Verkehrt Vielleicht Wenn wir eine Shell Aber gut Wie viele Shell Tankstellen Würde es Geben Auch kein Hinweis Final Boulevard Hacienda San Isidro Okay Ich glaube Das ist ein Neubau San Isidro Als Viertel Zona 16 Okay Wir wissen auf jeden Fall Zona 16 Und San Isidro Gucken wir mal Ob es in Zone 16 Ein San Isidro Gibt Zone 11 Zone 10 Zone 8 Zone 3 Zone 7 Wir haben gar keine 16 Zonen Kann das sein? Aber ich weiß genau Dieses Isidro habe ich schon mal gesucht Aber ich habe es nicht gefunden Das war ganz dumm Aber nicht diese Also nur vom Namen her habe ich es gesucht Ich war nicht da Jetzt sind wir mal da Bedeutet aber Wenn ich Zone 16 nicht finde Dann gibt es auch keine Zone 16 Heißt wir sind im falschen Ort So Die haben 16 Zonen Gucken wir hier nochmal Das 18 Wahrscheinlich Ich will ja nur Eva Komm Happen Isidro Los Alamos Belamonte Zone 12 Zone 10 19 Okay Das ist bunt Durcheinander Zone 11 19 27 4 3 15 Zone 16 San Isidro Wir haben es Okay Ohne Zone 16 hätte ich das Never ever gefunden Das war der Hinweis Der gefehlt hat Und jetzt Müssen wir gucken Wo Hier Da ist das Kaja Jetzt haben wir es Und Hier sind die Geschäfte Wenn wir jetzt Das Starbucks Sehen Dann haben wir Den genauen Standort Identifiziert Was könnte Das Zeug Hier Sein Achso 18 Avenia Hier ist 18 Avenia Dann ist das Die große Straße Wo wir Runter Fahren Das ist der Eine Kreisverkehr Das ist der Andere Kreisverkehr Und hier Kommen wir Irgendwo Nicht Mehr Weiter Oder bei dem Aber ich sehe Die ganzen Geschäfte Nicht Das macht Mich ein Bisschen Unglücklich Hier ist Die Universidad Die Stand dran Pizza Nogale Stand Nicht dran Hacienda Habe ich Nicht Gelesen McDonalds Hatten wir Auch Nicht Gesehen Oder Wir hatten Ein Polo Loco Und ein Kloster Hieß Das Jetzt hätte Ich gerne Das Luftbild Von oben Nicht Dann würde Man Die Weißen Häuser Definitiv Sehen Porta Del Angel Starbucks Aber Das sieht Nicht Aus Wie Das Starbucks Was Wir hatten Burger King Hier ist Die Geschäftsdichte Viel Zu Lose Von der Straßenführung Passt Das Hier Schon Ganz Gut Hier Ist Villa De Vista Hermosa Und Dann Kann Ja Das Nur Das Kajala Sein Hier Gut Vielleicht Haben Die Geschäfte Alle Nicht Überlebt Oder Das Kloster Ich bin Genau Drauf Mit Punkt Okay Wir haben Wir stehen Nämlich Vor Dem Kloster Nicht Das Ist Da Vorne Das Das Kloster Und Wir Stehen Jetzt Nord Osten Süd Westlich Rein Das Heißt Wir Stehen In der Kalle 34 Äh Wahrscheinlich Er Dann Hier Oder Warte mal Das Der Starbucks Wo ist Das Kloster Das Das Kloster Hä Ne Ne Das Kloster Ist Hier Vorne Bei Uns Wir Gehen Noch Mal Hin Also Hier Ist Das Starbucks Oder Auch Nicht In Die Andere Richtung Das Der Kreisverkehr Okay Das Der Große Kreisverkehr Passt Dann Ist Hier Das Polo Loco McDonald's Polo Polo Campero Genau Das Andere Ding Ist Das McDonald's Reingegangen Da Waren Das Andere Ding Da Wie Hieß Das Amerikanische Taco Bay War Da Drin Jetzt Ist Da McDonald's Alles Klar Und Wir Stehen Vor Der Querstraße Und Hier Kommt Das Starbucks Und Da Ist Das Kloster So Das Bedeutet Wir Stehen Irgendwo Hier Wenn Das Das Kloster Ist Und Hier Das Starbucks Das Haus Ist Nicht Eingezeichnet Stehen Wir Da Die Straßen Sind Auch Versetzt Und Wir Stehen Vor Der Straße So Und Finish Und 6 Meter 18 Ich Hätte Nicht Gedacht Dass Ich Es Ich Ich Sag Euch Wie Es Ist Wir Haben Es Aber Dass Ich Gurte Maler Von San Marino Von der Flagge Nicht Unterscheiden Konnte Oh Mann Jetzt Gucke Ich No Mal San Marino Kann Ich Die Hier Warum Macht Der Ich Hasse Diesen Browser Flag Of San Marino So Das Ist Sie Die Andere Hat Oben Noch Blau Gehabt Nicht Ich Habe Am Anfang Nur Das Gesehen Von der Seite Und Dachte Das Ist Es Glück Gelaufen Man Steckt Nicht Drinnen Aber Gut Weiter Geht Auf Zu Runde Drei Und Ganz Starke Sechs Likes Heute Schon Und Ja Der Counter Funktioniert Heute Irgendwie Nicht Ich Weiß Nicht Wieso Der Bot Hat Keine Lust Oder So Ich Hoff Ihr Habt Herauszufirm Wo Wir Sind Aha Interessant Blaue Kennzeichen Palm Aha Aha Die Herzen Fliegen Auch Sehr Gut Willkommen Willkommen Etang Saal Eod So Bevor Also Wir Haben Französisch Wir Haben Französische Schild Und Wir Haben Palmen Da Fällt Mir Eigentlich Nur Mauritius So Ein Gerade Aber Da Ist Ein Großer Berg So Etang Saleh Le Ode Bevor Ich Mich Nämlich In Frankreich Zu Tode Suchen Gucken Wir Erst Mal Hier Wir Gucken Nach Der Straßen Nummer Ist Einfach Die Müsste Ja Hier Mal Auftauchen Ich Glaub Nicht Dass Das In Frankreich Ist Problem Ist Frankreich Hat Einige Übersee Gebiete Die N1 Okay Die N1 Ist Nämlich Hier Le Tange Saleh Da Unten Aham Was Ich Hab Einmal Wirklich Drei Stunden Gesucht Wo Das In Frankreich Ist Ich Ich Die Gesamte Französische Küste Abgegangen Eins Für Eins Weil Ich Dachte Es Muss Im Süden Bei Nizza Sein Ich Wusste Einfach Nicht Dass Das Abgebildet Ist Nicht War Aber Ja Jetzt Weiß Ich Ja Okay Wo Geht Es Hier Hin Direkt Nach Letang E Ding Runter Das Heißt Wir Sind Auf Der Stelle Hier Wahrscheinlich Und Das Geht Richtung Südosten Würde Passen Macht Eine Kurve Rum Nach Nach Norden Warte mal Es ist Im Südosten Und Geht Nach Nordosten Ah Ah Man Sieht Ja Nicht Wie Es Da Weiter Geht Leider Ich Komm Auch Nicht Runter Und Auf Der Seite Geht Es Nach Nordwesten Aber Ich Sehe Kein Kreis Verkehr Okay Kann Nicht Die Stelle Sein Ich Ich So Viele Abfahrten Gibt Es Hier Nicht Hier Haben Auch Kreis Verkehre Kann Es Nicht Sein Die Nach Nordwesten Nord Osten Südwesten Nach Nordwesten Rum Fehlt Aber Die Zweite Ab Und Auffahrt Kann Es Nicht Sein Nicht Die Passen Alle Nicht Mehr Hier Die Kommen Da Wären Wir Viel Zu Weit Weg So Bedeutet Vielleicht In die Richtung Süden Nach Norden Auch Eigentlich Falsch Hier Wären Aber Die Beiden Auffahrten Und Da Hinten Geht Es Leicht Rum Und Wahrscheinlich In Kreis Verkehr Das Könnte Ich Mir Schon Vorstellen Hier Nordwesten Würde Passen Und Hier Südosten Und Dann Eher Nach Osten Süd Norden Osten Süd Osten Dann Eher Nach Osten Und Dann Nach Norden Rum Doch Passt Das Ist Die Stelle So Und Wir Stehen Ein Stück Nördlich Davon So Jetzt Ist Die Frage Wie Viel Von Dem Ausläufer Der Ersten Ausfahrt Nicht War Und Der Auffahrt Das Heißt Wir Stehen Eigentlich Genau Hier Drüber Das Scheint Auch Ein Tunnel Ne Ist Kein Tunnel Aber Wir Sehen Sie Nicht Ich Kann Herr Drüber Gehen Das Hilft Mir Vielleicht Nochmal Wir Gehen Direkt Am Start Punkt Nur Auf Die Andere Seite Da Ist Aber Keine Straße Und Nix Die Abfahrt Ist Hier Dann Stehen Wir Nämlich Hier Also Auf Der Seite Ich Sehe Die Abfahrt Von Hier Gar Nicht Wegen Des LKW Nicht Hier Trennt Sich Schon Die Straße Das Heißt Wir Sind So Vielleicht Hier Er Okay Finish Knapp Gewesen Noch Weiter Nach Da Krass Dann Stand Wir Vor Dem Ding Ah Ich Hab Wieder Links Und Rechts Und Nord Und Süd Vertauscht Ja gut Aber Den Punkt gefunden 6000 Punkte Starke Sache Mauritius Ganz 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 Schnell Besiegt Damit Haben Wir 18 000 Punkte Ja Haben Wir Geschafft Thailand 19 Minuten Das Finde Ich Das Stärkste Heute Guatemala Mit 31 Minuten War Total Verwirrend Wir Konnten Auch Nicht Viel Fahren Haben Die Hinweise Aber Verwertet Und Reunion 5 Minuten 12 Finde Ich Super Stark Insgesamt Unter einer Stunde Sehr Sehr Gut Und Ich Würde Sagen Wir Sehen Uns In Nächsten Folge Wieder